Willkommen zu einem neuen Livestream, warte ich guck mal kurz ob ich mich hört, aber Moment, sorry für diese Babylache, das ist mein Klingelton, jetzt komm ich, ähm, gucken ob man mich hört, heute spiel ich auf jeden Fall Wann in Duos, so, hier, auf möglicher Basis, hallo, 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 ha um ab dem Fall ich wollte auch was erklären heute Abend sitzen wo mache ich ein kommt unbedingt vorbei jetzt kann ich eh jetzt bin ich gar nicht zu Und ich gehe nicht unbedingt so lange, weil ich habe noch was zu erledigen, also ungefähr noch so eine halbe Stunde. Ich glaube, dass die gefällt euch nicht, ja. Die zwei Zuschauer, die wir gerade sind, bitte reinschreiben, wer ihr seid, außer ihr seid Fremd. Und ich ermüße mich jetzt wieder. Okay, hello, my friend. Ich glaube, ich bin ein Fremd. Wow, der Fremd. Do you speak German? No, okay. Okay, das ist Creepy. Do you want one? No. Die Zuschauer bitte im Chat schreiben, wer ihr seid. Das ist geil, wenn ihr seid Fremd, weil ich würde es immer gerne wissen. Und hier haben wir auch die Charity und das Schnapper. Das war geil, wir müssen uns viel ein bisschen testen. 14.07. Gut. Sorry, eben bei den Verbrechungen. Ich muss kurz mal die Zeit gucken. Oh, nice. Oke, das ist das. die Leute im Chat bitte reinschreiben wer ihr seid also die Leute die da zugucken im Chat schreiben wer ihr seid bitte sei denn ihr seid fremd ich weiß ja auch nicht wie oft das zu sein aber ich bin halt noch nicht so bekannt und ich fühl damit gerne wissen wer mein Tutor ist also wenn es meine Freunde sind weil meine Freunde sind halt manchmal ein Mann ey Leute entschuldige ich mich kurz mir wird weg Theo ich mach ein Livestream Mann Theo mach schnell ich mach ein Livestream ich verlasse wieder die Party ich muss dann einfach mal in der Gruppe kommen okay okay hello hallo 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 eh ok ich bin wieder da ich bin gratis ich hab die Party von der Pondy getreten ich weiß nicht ob man das nicht als ich gesehen habe was fack ich nicht bin naja auf jeden Fall der spielt auch gleich mit ok sagen wir mal ich versuche die Zeit auf ich bin noch 50 Minuten bei den 5 man hat kann den zählen und ist offen hier gehen denn ich will auch noch gleich mit einem freund spielen so mein freund also er hat so gleich mit demnächst kann sogar sein dass er gut ist weil er hat doch diese Eisbügel und billig ist das jetzt nicht sagen wir mal so leere alter leere Mann alter kommst du? aber der war noch nicht mit schwamm glaub ich oh nice komm kann pack das halt hier ein ähm geh nochmal in seine Party sorry für die kleine Abbrechung wieder ok ich lieb jetzt die Runde weil er ist glaube ich schon drin ok sorry Leute es ist jetzt sehr chaotisch gerade weil ich bin mir halt nicht sicher ob er jetzt kommt oder nicht kommt oder nicht ne ist noch nicht drin wie gesehen da ja Party ändern wie oft zeichn es und dann muss man ja Theo ich Mann jetzt ist es auf Spielchat Theo Mann jetzt ist es auf Spielchat Mann jetzt ist es auf Spielchat äh lief mal die Runde und komm mal in der Gruppe Theo ja ja ich will äh ich will äh okay tschüss jetzt ne ich geh aus ich geh aus der Party tschau ok 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 Leute ich bin wieder da hat mich ja gab gehört ich müsste vor öh ok haa Theo äh willst du äh vier vier zuschauer schon oh geil äh Digga irgendwie warum sie schreibt doch da gar nichts rein äh Theo ähm ja ich stream äh so noch ähm hier Noch 47 Minuten, ne? Ja, äh, Finn? Ja? Sag mal immer Ja, wenn ich Ja sage. Ja? Ja. Okay, gut. Ich, also, na, da höre ich mich viel schlechter. Also, egal. Oh, Junge, oh, Shin! Warte, ich gehe kurz in Notionspartie, ich bin gleich wieder da. Oh, Mann, ich mache einen Livestream. Können die mal endlich mal aufhören, mich zu stören? Komm mal schnell, mach! Junge, sorry, Leute. Aber das bringt mich auf, oh, Shin. Oh, Shin, ich mache einen Livestream. Ja, also, keine Party. Du kommst ja mal gleich in die Gruppe rein. Okay, okay, bin jetzt bei Dings drin. Wo gehen wir hin, Digga? Dusty? Tomato? Äh, aber, Theo, äh, Ushin spielt gleich mit. Nee, das, postgold würde ich aber defensiv gehen. Ja, machen wir aber nicht, weil Ushin gleich mitspielen. Die Ushin kommt gleich in die Gruppe. Achso. Leute, die, die zugucken, halt mal rein, wer ihr seid. Also, ich meine, so wie gestern, halt mal rein, wer ihr seid. Dann offensiv. Und Leute, lasst alle ein Like da. Alle. Ich hab auch schon geliked. Like und Abo. Geil. Und abonniert ihn, abonniert ihn. Und lockert ihn. So wichtig. Lockert, ja. Vor allem locker, ja. Die blockert. Egal, weil Finn... ...zeit noch am Anfang hier. Man we- Man weist nicht. Sagt man? Vor allem dafür, dass ich schon so witzig bin. Das muss man halt nicht mehr. Da muss der Like-Button gesprungen werden. Mein Loot ist schon voll. Ich hab schon, man muss ver- ...geweitigt werden, Kappe. Äh, ich hab, äh, Dings zu. Du musst in der Leistung, dann meld ich. Ihr Gegner bei mir. Nein! Ich hab auch überall. Digga, weißt du? Voll. Das kleb ich. Ja, wenn du so weißt, wie es geht. Äh, Finn, weißt du eigentlich grad, was ich gemacht hab? Ja. Hey, Digga! Ich hab durch... Ich hab durch ne Wand gesnipet. Ich hab durch ne Wand gesnipet. Warte, fack! Ja, er hat Tilt, der hat 202. Aber ich hab auch nie... ...oder, fack, der ne MPG ficken, fack, ich bin jetzt. Äh, Ushin, äh, sag, wenn du grad im Livestream bist. Und schreib dann was rein. Junge, Ushin ist Emilia, der Kuhliff. Na, ich weiß. Digga, Finn, Finn, warte, warte, bevor du liebst. Na, äh, bevor du... Digga, jetzt auf! What the fuck? Ey, gib mir no scope. Also mit der, mit der A, ja. Kann Ushin mir mal bitte sagen, ob er... Ushin! Okay, halt dann. Ey, Junge, jetzt will... Jetzt lädt Ushin mich ein! Alter! Nein! Mann, ey. Ah. Ja, vielleicht fühl mich auch ein bisschen nach 15 Uhr, aber ich muss um 5 nach halb, äh, also 5 nach halb, äh, hier, nach halb, äh, 4 muss ich da laut auf, also... Ja, kann mal Ushin kommen, oder so, das regt richtig auf. Ich, äh, ich trete mal bei, weil, keine Ahnung, was der grad hat. Ushin, warum kommst du nicht bei uns rein? Ich livestreame. Hallo, Ushin. Ich hab dir doch gesagt, du sollst Gruppe auf öffentlich machen, aber nein, du machst ja nicht. Und ich hab dir auch, ich hab dir die ganze Zeit geschrieben und du, du checkst es einfach nicht. Willst du jetzt, dass wir lieben, oder willst du das gespielen? Nicht aufhören. So, Ushin, willst du jetzt mit uns spielen, oder nicht? Halt dann mal oben. Digga, du bist ja nett, Alter. Digga, nein, aber du packst mich heute schon den ganzen Tag ab. Ja, aber ich muss, äh, irgendwie, 10 nach, auf. 10 nach. Also, da geh ich auf, wenn man nur weiter durchsacken. Ushin, wollen wir heute noch, äh, ein paar was Geld zacken? Ja, vielleicht. Äh, Leute, die, äh, im Livestream dabei sind, könnt ihr euch auf jeden Fall das 1-Minuten-Video und da... Doch mich hören sie! Nein, hören sie nicht! Nicht im Ladescreen! Nicht im Ladescreen! Achso, ja, ich weiß! Warum hast du dann gerade weitererzählt? Dann hat's geloll! Aaron hat mir heute angeboten sein... Sein! Alle leichter laufen! Warum hast du dich angenommen? Ich geh gleich auf kein Spiel und hab keine Ahnung wie das spielt! Oh wow! Das war hobbylos! Spaß! Naja... Doch ist schon irgendwie hobbylos! Ja, extra für dich und Theo! Hä? Ich spiel das gar nicht! Ich für Theo! Ich bin ja heftig! Also, es spielt aber... Theo macht nicht mal... Theo macht... Mach nicht mal einen Sport! Also, bitte! Hä, doch Theo macht echt Sport! Höchstern ist ein Jagger! Oh Jagger oder was? Hä, warum dachtest du, dass ich keinen Sport mache? Hallo, du guck aus! Und dann sagen wir es so! Oh, Digga, direkt zwei Gegner bei mir! Sch... Schick! Geil! Ich riecht geil! Direkt zwei Gegner bei mir! Ich muss erst mal reinkommen! Hä? Hast du mir zu? Mann! Du hast die Frau Riefe! Überall geht auch mit uns! Ja, ich auch! Ich komm einfach zu dir! Warte! Komm zu mir! Komm zu mir! Komm zu mir! Warte zu mir zu kommen! Äh... Nicht so einfach! Der Struggle ist real! Der Struggle ist real! Da haben sie ziehen bei mir! Und ich hab den Weg! Geh bei mir auch! Und du hast aber nicht hier lebt! Ja, der ist im Kreis! Hab einen! Wo ist einer? Ey, da kommt einer bei dir rein! Oh mein Gott! Der hab ich ja von hinten geholt! Warum ist der oben lieb? Weiß ich doch nicht! Ich versuch bei dir reinzukrabbeln! Das kann sie mich hochhieren! Oh! Oh! Egal, als ob er mich finischt! Egal, als ob er mich finischt! Mit seinem... Äh... Kack! Äh... Digga, was ist das? Digga, kostet aber ganz schön viel Mund! Ja, ich hab ein, äh... Gebränke gefunden! Schieß da doch mal rein! Mann, Junge! Nein! Die haben sich, glaub ich, gerade gefunden, oder? Hä? Ah lol, diese Shotgun schießt das auf! Ich weiß nicht, weil... Ich hab's ja auch... Oh mein, der ist da und... Ja, ein Kill! Und du? Null! Ich hatte ein Kill! Der hatte... Der hatte ein Leben! Der hatte... Der hatte ein Leben! Der hatte ein Leben, der mitgegilt hat, oder ne? Das ist auf jeden Fall ein Like und ein Abo da! Ich weiß jetzt nicht, warum Tio geliebt ist! Hm... Okay, auf jeden Fall... Ich stream noch so... Warum hat eigentlich Tio verlassen jetzt? Keine Ahnung... Okay... Ich stream noch ungefähr äh... 5... ... 40, 50 minuten! Ja... 40, 50... Äh stell mal bitte auf der Cubusgold Duo... Sy filter憤 status... Eee, oh, wie findest du den neue Sniper! Geht so... Aber, ja, okay! Eigentlich gut! Liga! Ichula treff damit richtig... Ich habe eine Runde gemacht, direkt fünf Snipes ausgepackt, bloß Gold. Erst mal, dass ich hier habe. Mein AK-Aim ist voll gut geworden. Äh, die guckst du grad zu, den Livestream. Geh, Leute. Äh, Theo, wenn du zuguckst, schreibt's rein. Mann, alle, der, der zuguckt, sollen mir zu sagen, wer ist, außer ich kenne ihn nicht, bitte. Äh, Oshin? Ja? Guck, guck, guckst du. Also, ob ich bei zufälligen Spitzhacke die hier bekomme? Welche? Tschü, dann kommt bitte. Ich habe die Spitzhacke. Du musst die Spitzhacke. Wow. Ich finde es aber ein bisschen blöd. Ich kriege einfach ein pures Gold eigentlich nur A-Rs. Nur A-Rs. Also nur halt bei uns. Nee, nee, du? Naja. Ich habe, ich habe die Runde zugekommen, wo du jetzt hier gespielt hast, direkt drei P-90s bekommen. Ich habe, ich habe meine erste Runde gerade eben, da habe ich zufällig durchgespielt, ne? Und weil ich auch das zu wählen habe, ich hatte am Anfang auch drei P-90s. Hello, hello. Ich hatte aber am Anfang, ich hatte am Anfang auch drei P-90s. Ich weiß, wo lange es geht. Und da habe ich einen so übel weggeläsert, der sagt sich auch mal. Ich will da durch. Äh, keine Ahnung. Ah, ich habe eine P-90s. Bitte, kill ihn, kill ihn. Der hat einen Shotgun. Haben ihn. Oh, was war der größte Schmerz? Ich habe die beste Waffe. Sei mal bitte leise. Ich habe zwei Mediki. Zwei Mediki sogar. Labernet. Egal, der Rex, wenn Mediki es bekommt. Labernet. Hier ist ganz okay bei mir, ne? Rex, wenn Mediki es. Schmengeli, schmengeli. Ah, nein. Hier ist der P-90. Aber pures Gold ist das Süßchen, oder? Oh, mein Gott. Ich habe eine goldene P-90 bekommen. Wie krass, oder? Da, meinst. Wow. Oh, meinst du? Oh, meinst du? Oh, meinst du? Oh, meinst du? Da gibt keiner fällt gekostet, das Gold? Alle tiltet, ne? In Goldemacht. Äh, ne, fällt es wegen der Wacht war. Es ist aber, es ist Blaugold. Es ist Blaugold. Naja, das ist die einzige Snoopiste. Ja. Der hat draußen Blaugold. Nein, nein, nein. Ja, nee, du bist ja nur reingemacht, weil, weil die jetzt neu ist, und man die austesten soll. Ist ja kein Bug oder so. Und das ist auch nicht Blaugold. Blaugold, die Farbe? Brauchst du dann das, da? Äh, ja. Bringen wir euch eine. Und so viel ist du mal, ja. Wo, wo liegt die denn? Ich glaub, sie geht dann gleich. Und den neuen Tampagern hab ich auch noch für das. Oh, lecker. Ich schmecke die. Aber Pappen, wo die bräuchte ich dann? Äh, ja. Hab ich gar nicht so viel. Also ich hab, ich hab gar nichts. Wenn du mir gibst, hab ich zum Schluss darauf. Ja. Ich geb nichts. Gibt nichts gar, lieber ein Bali her. Komm schon. Oh, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Oh, dann geh. Neunschil. Schmiggidi, schmuggidi, dori, dori. Ich brauch auch noch nicht. Oh. Ich hab's. Früher hat man ja Double-Scar gespielt. Ich kann, hab keine Rolle. Sorry. Früher hat man ja Double-Scar gespielt. Warum halt nicht? Ja. Skam, na. Hä, ist so wie Double-Machine-Bestor. Was hat man davon? Naja, wenn die eine Skam, na, dann kann halt Kompetenz werden. Okay, stimmt das recht. Ja, da hat jemand ein Geschenk geworfen. Um auf diesen Berg, ne? Das ist diesen Berg, der zwischen. Das hat man. Ja, ich hab's gesehen. Oh, na, Kali, nice. Oh, na, Kali, ne Goldene. Das ist aber auch einer. Sie muss doch Gold sein, ich glaub. Ach, ich weiß. Ne Goldene. Ne Goldene. Ne Goldene. Die Sie mir grad, ich hab mich aufgefallen. Ich nehm's damit, weil es Gas tut, zum Beispiel. Weil die Hälfte schnell schießen können, da kann man so krank mit der Karte auf mir gar nicht wie Kielsteck mit der gemacht hat. Sechs oder so. Ich hab's. 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 Das ist Löfgarten. Junge, warum soll ich die Schild für dich haben? Du hast so hundertundennelben und fünftelben und fünftelben und fünftelben. Warum soll ich jetzt? Ich hab's. Ich hab's. Wie hast du die, äh, geordnet? Skavorn oder AK-Vorn? Ich hab gar keine. Ich hab gar mitgenommen. Au. Stone, AK. Also. AK-Pamp kann double pistol. warte wenn du spielst ich spielst du hast keine walk-a-moon warte am anfang der runde keine hier sind munichessen hier ist vielleicht drinnen oh da ist munich vor uns der bringt ja richtig viel im hohes gold aber ich öffne ihn trotzdem weil da gut hier sind ja und zwei ein kriegst du eigentlich ich klicke den linken entnächtig war noch einer hier ist die partie bei gesunden siehst du ich bin nicht geschehen guck da das sind die jener safe in sette warte wenn du den buchten öffnest jener safe in er erzählt glaube ich hin dann warte ich da die kämpfe sie sind wieder herunter kommt mit so richtig dunkel die kamen über die sie die richtung ich hab morgen Geburtstag ja klar er hat einen feier ich geburtstag das war ein du hast am 25. November Geburtstag oder? ja und du hast ich find sowas nicht schlimm ich kann ihn nicht öffnen wegen diesem blöden Stein alter nee warte wann ich feier ähm ich feier den am 19. also nächste Woche Samstag schreibt alle morgen herzlichen Glückwunsch in die Kommentare wenn Finn ein Livestream noch mal raushaut oder oder ein Video alter witzes bleibt voll das schöne grüße ist wär sick das wär Ehremann ich denke doch dass Finn seine Community Ehremann ist oder? oder so ein bisschen Ehremann oder Ehremann Maximilian ich nehm die Dings mit Maximilian ist übrigens Matten ich kann das mitnehmen ich bin so dumm ne? ja ich auch ich hab jetzt drei Medikids ich hab ja ich hab ja und vorne habe ich mit Sniper geschossen ah da hinten hinten bei diesem Haus warte ich geb dir hier mal einen Luftballon zwei Luftballons dann können wir dahinter schneidern gehen von mir Maximilian Maximilian a la Pia la ne ich brauche nur einen Maximilian Junge ich will damit hier ne Party ein ey ne aber ich lass sie hier vor uns vor uns sorry wenn du das hier siehst hier nichts gegen dich aber du wirst grad geliebt deswegen träg ich dir auch nicht bei hier vor uns ist hier einer ne sie ist hat es? hat es? na komm hier auch du bist auch so scheiße mit äh oh oh das war tot schön danke ich hab ihn in der Luft mit Dings angehütet oh mein Gott oh mein nein 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 da kommen welche hat noch ein Sample da kommen welche Maximilians da kommen welche Maximilians oh so richtige Maximilians weißt da oh warte ich hab ne Sniper ich kann jetzt snipen gleich ich snipe den ok warte was? hier liegen noch 3 wie knapp war der denn? oh mein Gott warte der ist so kacke der piekt 3.000 Jahre lang warte 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 ich muss versuchen in meinen Headshot zu gehen was Junge wie knapp sind diese Snipes? Junge das ist unmöglich naja als ob dieser Wache ist das schnipend weil der hä als ob das nicht geklappt du der Typ da vorn vorne der andere Skin der andere Skin von denen der Kass der kassiert engst wird er drei Millionen Hits ich hab ihn schon fünfmal down geschossen hinter uns ja wie cool ein Camper ein Dark Bomber von hinter uns siehst du den? siehst du den? die kann auch nicht weiß ich mit einem Baum mit einem Baum mit einem Baum wenn ich mich einfach hole bitte sie gehe nicht durch bitte bitte hä? die hat er nicht gesehen? die hat ein Highgrund die hat ein Highgrund die hat ein Highgrund ja auf million 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 auf der Rückbank nicht 5k sondern 3g wir haben einen Wack was ist denn da? Leute ich spiel noch 28 minuten oder vielleicht auch 38 bin ich sicher 38 minuten noch komm 38 gehen noch warum bist du geliebt? Theo ich bin wieder was ich gehe ich klär ich äh frag ihn er hat gesagt er hat keinen bock mehr auf dich weil du ihn beleidigst hä? das hast du doch auch gesagt dann sag ihn er darf nicht mehr in live stream dabei sein wenn er nicht beitretet so ganz einfach das wird dann so ganz ganz easy der Regel Leute einen Moment kurz weil ich ihn beleidigt habe aha ok Leute einen Moment ihr habt jetzt nur noch was also nur meine Stimme Hallo Theo frag ich bin auf Videoclips wenn du keinen Bock mehr auf mich ey Theo wenn du keinen Bock mehr auf mich hast dann lad mich doch nicht ein ja ich verlasse wow jetzt hat er verlassen das was kommt jetzt ok Leute ich geh wieder auf Spielschirm na hab schon gemacht hab ich schon gemacht äh ich geh jetzt wieder auf Spielschirm ähm ok Leute und Theo war jetzt beleidigt obwohl das eigentlich nur in Spaß war ähm aber das hast du ja überhaupt gesagt ich weiß gar nicht mehr ne du du hast gefragt ja du machst ja sonst keinen Sport dann hab ich gesagt doch er macht Tisch, Tants und Jugger und dann dann hast du gesagt ja aber achso das wusste ich gar nicht ähm und dann hab ich gesagt ja weil er auch nicht so aussieht als würde er es machen und das fand er halt so beleidigend dass er dann halt gelieft hat so ey ich hab ich dann ist gut über gespielt ich habe ich 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 kommst du dann auch heute Abend 17 Uhr mit mir durchxocken? weil ich glaubt hier auch kein bock mehr keine ahnung wusstest du was aber mit scheide waffen dieses dieses game alter ps4 ich schießt ich schieß gerade drei drei milliarden meter daneben und die schüsse connecten einfach auf den typen auf jeden fall heute abend wird nur live die kommen auf jeden Fall vorbei und da haben siebte Uhr live drüben man ja eigentlich sollte er kurz vor dem heute rauskommen aber haben wir nicht geschafft weil die er einfach nicht und naja sorry nochmal weil ähm unsere Freunde sein dass er vielleicht richtig spät vielleicht gar nicht sorry dass ihr euch so aber ich kann nicht wundern aber ich versuche nicht versuchte das ist weg kleinbaustadt soll das bekommen wenn seine community wie lange ist meine kommunikiert meine kommunikiert wie heißt eine community hinterher gehen überlegen die Jenters 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 die meine würden heißen die kleinen Bulls haben mich ja haben wir nicht mit dem aber ich habe einen großen ja da gibt den Mini ja vor weil ich hab zwei Minis unten da hast du grad nicht gecheckt ich hab ein Haar Haar okay das ist so unwirklich wo ist der Mini? was hast du denn das meine Community nur einfach heißen? ein klein war ich jetzt ok D.B. E-Zibel, weißt du? oh Gegner vor mir, bitte kommen Agent, Agent, Chicken Officer Chicken, bitte kommen ja Officer Chicken kommt grad noch nicht kommt jetzt weil er musste mich nachkampf machen, das ist nett geht nach, geht nach, geh nach holt den Karteiger und er holt den Karteiger und er ist über dir ey bitte ey ich hab einen geholt von dem ne? ja und über dir ist einer und der hat der der hat einen RPG oder so ne? nein oh lol wo ist er jetzt? bei mir D.B. was hat der für den Aim? Ficko, ey wir schnell, ey wir finischen, schnell, schnell ey wir finischen komm ey scheiß die alle erfinden, schau hat die sein Teamate auch getroffen? ich hab sein Teamate nicht gefunden hä? das war nicht mal sein Teamate hä? das war nicht mal sein Teamate weile äh im Park liegt noch ein genockter von mir hat der fack hat der überhaupt ne Waffe? ah ja hat er ah ihr Schockert pass auf ah das war das Teamate von ihm jetzt hab ich auch ein Kill ich hab ja ich hab ja ich hab ja ich kann auch wohl erkennen wenn er noch nen Kill wenn ich nen Kill bekommen habe aber der müsste eigentlich hier irgendwo liegen ich hab keine Ahnung wo der lag da hä? wo ist denn der Luft von dem? ist die auch noch da? da lag da noch grad nein der hat ne Waffen da kam es ist ja egal vielleicht hat jemand genommen willst du da hochgehen? ja denkst du da ist einer? nope hinter dir sind doch AK Junge Digga hinter dir bei Effekern ist einer du weißt du nicht? man bin ich blind manchmal ihr so sacks oh Junge du hast du den Sprung verkackt oh Junge what the fuuuu Junge das hast du denn zur Falle geplaced ey ich will keinen Sinn er ist einfach reingelaufen der ist gut glaube ich oder? nein der ist in die Falle reingelaufen der hat die davor geplaced ich mein die Kinder what the fuuuu nein er hat die Fälle davor schon geplaced er ist nur reingelaufen ok oh du kannst ja was was hallo hallo oh Junge ja was willst du denn sagen ich würde sagen wo ist diese Einstellung dass man äh dass man das auf Dingsfuss bekommt dass er hier direkt nach hinten geht keine Ahnung wo die ist die hat mir Theo angestellt ok warte ich die Bereitungen zu Oisin kann euch jetzt unterhalten und solange äh bin ich kurz weg ich unterhalte die nicht Pech gehabt auf 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 op die in die in wo ja alle das Einfach am Mercedes Benz! Hallo? 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 Alles Gemann? Ich will nur machen, bitte helfen sie mir! Oh, guck mal die kommen hier an. Die sind so spitzig gefasst worden. Also bitte weiß. Die hast du immer. Können wir auch unseren Check hier in der Lobby machen? Ja, aber vielleicht schon. Wir haben unseren Check. Das war so ein bisschen komisch, aber wir haben einen. Und der ist so richtig cool. Jetzt hast du Chicken Basis. Chicken Basis ist cool. Ektisch was. Millie, Millie. Ah, echt gar nicht, wie man mit Skull Trooper gespielt. Macht mal wieder Bock. Ich auch nicht. Nö, ja. Früher habe ich durchgehend mit Skull Trooper gespielt. Und du? Nein, überhaupt nicht. Ich hatte einfach den seltensten Skull in der Welt. Wie viele Leute denkst du haben? Will ich den Trader? 200. Ja, okay. Auf der Welt. Ach so, ja. Ja, nie. Ich dachte man schon Deutschland. Nein, auf der Welt man sich. Ich habe keine Ahnung. Schon so. 3.000? Ja, ungefähr. Weil der, auf jeden Fall ja ist, auf jeden Fall so selten, dass es nicht so viel hat. Alles klar, direkt hier Leute. Boombox. Yeah. Ich habe den Slayer. Ich habe den Slayer. Ich habe den Slayer. Ich habe den Slayer. Oh je. Ich habe einen. Ich komme, ich mache auf. Ich mache auf. Ich gehe auf und dann. Ich habe ihn schon, aber ich habe. Ja, wohnen. Da ist ein No-Skill. Ja. No-Skill ist da. Ah, nice dann. Ach, zwei, 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 zwei. Der hat ein Medikid. Der hat ein Medikid. Oh ja. Da oben, da oben. Ich habe ihn von irgendwo anders gekillt, man. Der ist nicht low. Der ist low life. Ja, dann komm. Weil ich kann mich nicht grauen. Und kann mich nicht grauen. Digga, hier ist doch irgendein Typ. Ist egal. Egal. Kannst du kommen vielleicht. Hier ist doch irgendwo ein Typ. Wenn dir das Medikid dahinten. Ob ich genau von der Situation habe. Ist doch ein No-Skill hier. Und ein No-Skill hier. Ja, Moment. Oh, es geht's down. Noch mehr? Nein, er hat einen geholt. Children level. Okay, wie viel das so greift? Meine Boombox ist still kaputt. Ich hab noch einen da oben geholt. der der dazu guckt wir sagen wer ist außer er ist also ich kenne ihn nicht persönlich wie viel waren die höchsten zuschauer ich glaube sechs aber man meinen einleit einer einer von meinen leistungen karte ich habe ein mini für dich hat sogar er hat sogar 20 aufrufe hier und hier sogar mädchen hast du sniper money oder mehr pamponiert also sniper money mehr kommen die in den jungen in den marken das ist das die jahre klar was du hast er wird ich habe gerade selber und matti hat matti hat das früher mal gesungen also hat es weil der zeit lang richtig hart gesendet gesungen ich ich wollte nicht richtig oder armonie boombox kann man zu seinem ich kann ich habe nie wer meinst du er ist ich habe verstanden ich zog nie mehr das wäre es komplett ich bin jetzt schon raged weil weil ich wenn du jetzt nicht liebst dann ja natürlich kann man spielen aber wenn wenn du nicht liebst dann dann können wir kein apple machen weil das ist keine ausrede also also ernsthaft jetzt ein apple und dauert 20 minuten die habe ich da nicht mehr jetzt gerade habe ich ja jetzt gerade habe ich noch 24 minuten also wenn du nicht liebst dann dann können wo kein apple oder generell also dann will ich auch keine runde mehr spielen weil es dann und die runde schon schmeckt aber ich bin auch so mit dem hirn holen der entscheidung die gerade im chat sind schreibt mir alle hashtag ehre rein hashtag ehre für oisin alle hashtag ehre für oisin in den chat gerade drei zuschauer aber ich weiß nicht wer es wer es ist hashtag ehre in den chat und wir machen gleich in der lobby in chat ich weiß nicht nein nein ich wollte doch halten nach vorne machen ach shit bro Leute, die Dinger zugucken, schreibt doch an, wer ihr seid. Außer ich kenne euch nicht mal persönlich. Schreibt in den Chat, wer ihr seid. Bitte. Weil es hat noch keiner, was im Chat geschrieben ist. Noch mal was Neues. Schreibt in den Chat, wer ihr seid. Die Zuschauer. Gerade. Oh Mann. Kommt hin. What the fuck, Alter. Oh my god, shit. Wohin? Äh, what the fuck, I don't know. Wir machen mal ein bisschen camperhaftig. Ähm. Ja, komm. Lonely, 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 oder? No. 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 Ich soll nicht allein da hin? Oder fährt sich jemand da hin? Äh, was? Meine Mutter. Deine Mutter muss dabei sein, oder? Nein. Die geht dann immer. Dann bin ich alleine. Ich könnte, ich könnte dich eigentlich mal sehen, nicht haben. Aber warum direkt in den, ist ja das Büro von der Eltern. Der glaubt immer nach der Schule eigentlich hin. Weil, ja, mal bei mir ist es, ich fang erst später. Also, ich hab mich hier, warum diese Uhrzeit noch nicht zu Hause. Hast du ne Waffe? Ne Schild. Nö, ich hab nur, ich hab nur, äh, Stinkanaten. Ich bin pures Gold, oder? Ja. Du wirst zählen hier, ne? Ja, naja. Äh. Hast du gewonnen? Ich hab gerade Granaten geworfen. Hält dann hier! Oh, ich hab jetzt ne Waffe. Okay, komm. Hol die. Ich weiß nicht, ob ich geholt. Ja, ich schweige. Aber der ist wohl schon, die kannst du achsen. Achsen, kannst du den. Also, die leeren kannst du achsen, oder was soll ich sagen? So, Wok-Skin kannst du achsen. Und er finischt mich. Ich hasse dich, Falle. Lüsch doch aus! Blöde Falle! Achso. Ah, falscher Skin! Scheiße, Bruder. Der Wok, der Wok hatte 28 Leben. Weih, nur noch 40 HP. Ähm. Ah, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wenn euch es dir gefällt, wie gesagt, ein Like, ein Dislike, wenn euch es nicht gefällt. Aber wenn ein Dislike, dann schreibt euch in die Kommentare, warum das Video euch nicht gefallen hat. Weil sonst wäre es erstens scheiße, wenn ihr euch ein Dislike da lasst. Und zweitens einfach übel. Also, wenn ihr dann das Like da lasst und mir sagt, was ich falsch gemacht habe, dann kann ich mich auch verbessern. Wie viele gucken dir zu? Ich bin gar keine mehr, aber ich lasse mich in der Ero. Ähm, Oshin? Ja? Ich werde, ähm, hier, Dings, 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 ähm, ich spiel jetzt noch eine Runde. Also, diese Runde jetzt. Oh, ich spiel jetzt die Runde, ne? Dann, dann gehe ich offline. Hm. Vielleicht noch die Runde, ne? Äh, die werden jetzt aber auch definitiv schütteln, ich sage. Äh. Äh. Overwatch-Update ist, äh, da gewesen. Ja, ich kann kein Overwatch mehr spielen. Mein PS-Boost ist ausgegangen und irgendwie kann ich nicht bezahlen. Ach, ob. Ich weiß nicht, ob der PS-Boost ausgegangen ist. Ja, ist so. Weißt du aber, was da ist? Äh, nein. Dass das neue Update ist? Wässerskind? Hm. Keine Ahnung. Soll ich das kacke, wahrscheinlich. Also, da gab's nicht immer neuer. Ja, natürlich gab's immer neuer Skins. Oder? Die sind richtig geil, da. Weiß ich noch. Die sind alle Gäger mitgegangen, oder? Äh, doch, safe. Oh, fuck, ich lande aus, wenn ich auf'm Baum. Boah. Du sagst nicht, dass du schürst. Vielleicht kann ich's schaffen, mich abzusein, wenn ich hier irgendwo einen Ort finde, wo ich bauen kann. Weil ich... Nein, sterben wär ich nicht, aber ich wär's... Ich kann für dich hochbauen. Egal. Das wird's auch ein bisschen. Oh, Trieb, ich hab auch keine Waffe. Mach dir mal keine Sorgen für den, ne? Oh, sechst Dynamit. Es ist normal, dass, ähm... Es kann doch eigentlich nur drei Dynamit rumliegen, oder? Wen? Was? Kann doch eigentlich nur drei Dynamit rumliegen. Nur drei, ja. Hast du ne Waffe? Ja, zwei. Okay, gut. Ich hätt dir seine Waffe gegeben. Ich hab heute einfach noch Training, ne? Ja, ich... Das ist... I'm... Wake up your chase. Askeball macht allgemein und kann nicht... Macht viel Spaß, ne? Na, ach, man. Das war's auch. Askeball, ne? Halt dein Maul, bitte ganz krass. Wegen dieser Anspielung kriegst du jetzt kein Minischild, ne? What the fuck? Danke dafür, dass du es mir jetzt erst sagt, dass du Minischild hast. Hab grad erst jetzt einen bekommen. Okay. Ich hab eh einen. Ja, ich hab mich schon ein Slashy gefunden. Ja, das ist eh schon spät. Nein, ich nicht. Komm mit. Ja, doch. Es wär so spät, wenn du hier kommst. Ja, ich hab zwei Daffen. Was ist das denn? Ich hab nur ein Nackern. Hier liegt ein AK und JP90 hier oben. Oh, ja. Ich hab nur ein Nackern. Natürlich alles golden, ne? Und die neue Shotgun. Wie du vorhin so meintest. Oh mein Gott, ein golden Nackern. Und du hattest es einfach ernst. Ja, aber ich hab's vergessen. Du musst ins Dach gehen. Ich kann's dir da nicht runterkommen. One Shop, two Shop, three Shop, that is down. Shop, that is down. Three Shop, that is down. One Shop, two Shop. Ja, alles klar. Stop, that is down. One Shop, two, the, two Shop. Aber Dote is so dark. Labbaschen. Okay, der Zuschauer wird zu sagen, wer ist. Außer ich kenne ihn nicht persönlich. Bitte reinschreiben. Hans. Nein, es gucken dauernd Leute zu, eben auch drei. Aber die schreiben halt noch jemanden. Noch keiner hat was in Check geschrieben. Musst man ja nicht. Ja, trotzdem. Wenn ein Streamer einladen... Ich kann die Mini-Shelies mitnehmen. What the fuck? Ja, ich auch. Also, das wäre... Wie viel hast du dann? Mann, dann hab ich drei. Also, gib's mir einfach. Weil ich noch einen Platz frei habe. Ja, jetzt hab ich fünf. Ja, juck doch keinen. Ich will die welche haben und ich will nicht warten, bis du sie mir gibst. Okay, komm, ich geb die zwei. Haben wir Hälfte, Hälfte. Oh, weck mich. Mann, das sind meine Mini-Shelies. Die hab ich grad gezogen. Warum guckst du mir die nicht einfach? So wie als würdest du mir die Kiste abschirmen. Ja, hier, Digga. Heu, der zieh echt nicht rum, Alter. Gib mal Sniper und da, Hermon. Ich gucke keine. Na, Hermon, den kann ich dir ein bisschen geben. Hier. Danke. One, sharp, two. Wenn ich irgendwas, ey, wenn ich irgendwas anderes zum Hirn empfehle, gebe ich dir die Minis, ne? Digga. Du weißt schon, wie viele Eier Minis ich dir gegeben habe, oder? Nein. I know it. Hier, dir die Minis. FAC bekommen. Doll. Hätt du nicht bei der Asi was? Nein, damit du die Minis decken kannst. Verstehst du's? Oh, ne goldene Heavy Shotgun, die spuckt, oder? Ja, die schmeckt, für mich. Oder auch für dich. Ehre. Nee, du kannst die neu, du kannst die wieder nehmen, ne? Ich hab grad irgendwie gehört, dass du deine neue Shotgun weggedroppt hast, oder nicht? Ja, hab ich, aber ich hab wieder. Irgendwas. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, die Runde könnte gut werden, deswegen hab ich jetzt einfach mal ein Video. Nein, warum? Warum, warte, ey, einen Moment, oh, ich nehm kurz auf. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich, äh, die Runde könnte einfach gut werden, deswegen hab ich's jetzt angefangen auszunehmen. Äh, alle meine Waffen haben die gleich, genau das gleiche Waffen, die sie haben. Sorry, ich muss hier rein, oder hier. Uh, geht, na? Jetzt, jetzt, ernst, ernst. Fokus. Fokus. Okay, einer down. Nein, warte, die sind, glaub ich, oben in der Taschenfestung, meinst du nicht? Äh, ist oben in der Taschenfestung. Keine Ahnung. Ja, lass Feuer auf. Ich wär auch Hypo-Sie. Ey, wat'n dat? Hä? Was ist dat für'n Scheiß? Hm? Pass auf. Warte, ja, genau das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, wer die sind. Hier, nein, hoch, ne, weiß nicht. Benboy! Hey, Otoman Peach! Otoman Peach! Was machst du denn hier? Ach, was scheiße von mir, Alter, ich hab grad so scheiße gespielt. Ich hab, äh, gib mir die Minis raus. Äh, ja. Komm noch um. Ja, also, ich bin grad angenommen, dass du mir zuboot. Sorry. Sorry. Äh, die liegen auf der Treppe. Die liegen da auf der Treppe. Oben, wo der andere gestorben ist. Oh, oh! Oh! Saftig, glaube ich, danke. Ja, da oben. Da, Digga, siehst du richtig? Ey, willst du die Heavys nacken? Ja, Digga. Kannst du dann das Medikit mitnehmen oder die Minishurries? Ich kann das Medikit nehmen. Ja? Ah, ja, stimmt. Das ist recht. Ja, Digga. Äh, dann würde ich aber auch schnell machen, ne? Nein, nein, ich kann. Ich hab ja noch einen Platz, weil ich geh jetzt erst mal in die Zone und nimmst dann in die Zone. Manche, ich würde schnell machen wegen Zone. Wie gehst du? Nein, 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 nein. Äh, ja, ich hab nen Jump-Head, aber ist das ohne sich, oder? Ohne. Oh, meine Ahnung, der heißt, wir könnten es gleich wenig. Side-O-Debugs. Ja, lass, lass machen, lass machen. Hier, was? Da oben sind Gegner, ne? Komm, okay, los geht. Du bleibst stehen, los geht. Komm, oh, oh, man. Oh, ich will nen Jump-Head bauen. Lass stehen bleiben. Sorry. Lass ihn abpushen. Lass ihn los gehen. Digga, los geht. Auf die Seilbahn. Äh, flieg auf die Seilbahn. Wow, jetzt hat er ab. Hast du mir aber nicht zu, oder? Geh mal rein, geh mal rein, geh mal ins Flugzeug. Warum? Ja, weil ich mir dann im Flugzeug das Medikid gehen, während du fliegst. Und wir gehen in der ersten Zone. Hä, du fliegst gerade. Sorry, Leute, heute kann ich hier, ja. Kann doch mal in der Leiterung sein. Da gab es die schlechte Kippe, ne? Die hätten nur noch 30 reden, ne? Ah, wobei, ich bin gar nicht, ja, 30. Oh, nein, ich dachte, der läuft fast ja nach vorne. Muss ich ein Manöver machen? Ich glaube, ich muss ein Manöver machen. Ja, wo sind die? Wow. Wenn die uns runterschießen, wir sind tot. Aber wo bin ich? Ach, nee, ich bin schade. Sorry, Leute, dass ich heute so, das ist so komisch für die Lama. Mein Lama, mein Lama. Ja, okay, aber ich bräuchte die Schade, aber die da raus. Ja, ich krieg das nach mir hier. Erzähl'n Schuss, hä? Ja. Ah, I give you, I don't know, what the mine is on the... Ach, da läuft. Und die Sampchen noch. Eine, von da. Wollen wir die nicht nehmen? Nein, lass die oben kämpfen. Nein. Warum sollten wir? Nein, dann lass die abfangen, die hier kommen. Schäfst du? Ja, ich nehm mal kurz den Tasten mit, du. Ja, Mr. Burger. Äh, Digga. Wollen wir den benutzen? Hallo, ich steh hier vor dir. Was machst du? Bereit? Lass versuchen, auf das Flugzeug zu gehen, ja. Oh Gott. Lass versuchen, auf eins dieser Flugzeuge zu gehen, komm. Ah, nee, die fliegen hoch. Scheiße, die fliegen hoch. Ah, nee. Ah, doch, 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 ich darf nicht. Nein! Ach, du, ich bin gesehen, nicht klappt. Ach, ach, ach. Ich flieg gleich nach vorne jetzt. So, ich bin nochmal drin. Ich bin nochmal drin, auf dieses Auto zu gehen. Und jetzt krieg ich den Laser. Komm her, Mini-Schönig, ist ein Slotter für dich. Guck mal, das ist Fortnite. Junge, das war mal wieder so ein typischer Fortnite-Mohen. Ich setz mich drauf, dann steigt er aus. Und jemand anders lasert mich auf, wie es da geht. So, nee, gönn wir. Hier, nimm mal den Mini mit. Du hast mein... Oh, what the fuck, Alter. Ich hab keiniges getroffen. Das ist so auch wieder komplett mit deinem Aim. Hä, das ist nicht so einfach. Vor allem nicht mit der P90. Und jetzt hast du den dauernd gekocht. Geht er dir? Oh, ich werd schon wieder gebrochen. Der Laser ist real. Ich hab den... Oh mein Gott, einer ist weiß. Einer ist down. Hab einen gekillt. Ach so, lol. Deswegen will ich den dauernd. Alter, ich schieße grad... Die sind nicht mehr drin, die sind nicht mehr drin. Der ist hier vorn. Der hielt den hoch. Der hielt den hoch. Wir müssen draufschießen. Oh, 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 oh. Oh, einer auf der Seilwand. Ich schieße einen Schuss, ich geb ihn vierundsechziger Headshot. Vierundsechziger Headshot. Ja. Die sechziger. Die hielen den hoch, oder? Die, die haben den hochgehealt. Was ist das? Oh, ich dachte, du wirst es gelassen. Die haben den noch nicht hochgehealt. Das ist... Forthand. Straftig. Nackig. Und älter Spiel. Oh, ich wußte jetzt, ich hab's nicht verstanden. Keiner's down? Ja, den hab ich... Keiner's down? Wie? Wie hat der mich angetet? Der hat mich grad unmöglich angetet. Das kann ich alle... What the man? Und da will ich nicht einmal stehen bleiben, ohne dass man das geil wird. Oh, sie kommt doch zu mir. Ich konnte nichts machen. Ich konnte wirklich nichts machen. Was ist das, Junge? Ich hab's gehabt. Oh, Mann. Okay, Leute, gönnt euch jetzt das schlechte Gameplay von Urushin Kappa. Die letzte Runde verkack ich so. Scheiße, ich krieg nicht den Double-Heal, ne? Diese High-Warns, ne? Ey, die schießen runter. Ich weiß, was sie können. Ich weiß, wie was sie können. Boah, der One-Tot. Ach. Warum passiert so eine Falle? Wartet, ist der Fall zurück. Oh mein Gott. Ich bin noch auf der Schott. Komm, der ist gestorben, glaube ich, vom Sturm. Ne, Mann, Mann. Ich bin tot. Wo sind die? Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Scheiße. Also, das Flugzeug ist. Ich könnte es doch vielleicht schaffen. Aber man muss ja mich voll hier mit balasen. Äh, fang jetzt schon an. Die, die Zone hat feiertig. Weißt, ich gebe mich erst mal jetzt komplett voll, rennen dann und mach dann, äh, Flugzeug. Na, ich würde noch eine übrig lassen. Na, dann. Er sagt komplett voll, ja, moin. Hehe. Super. Flugzeug, lass mich nicht im Stich. Und dann, und dann steig ab und hinübern da, da ist er auf die Flügel. Komm, 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 steig da ab. Er will mich snipen. What the fuck, alter. Ja, weil er das Flugzeug kaputt geschossen hat. Dritter Platz. Hey, das ist voll die gute Runde gewesen. Okay, Leute, das war's mit dem Live-Film. Hat mir gefallen. Ging so. Okay, nicht so gefallen, aber auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, tschüss. Bye, geil.